So, hallo und willkommen zurück bei Agatha Christie, die ABC Murders und wir vergleichen, jetzt war's jetzt, da hängt keine gute Zeit, ist da drin, ich musste die Briefe vergleichen, man, aber ich kann irgendwie nicht, ich muss hinsetzen, ich muss schon mal, oder so. Sollte doch die Briefe vergleichen, ne, wo hab ich denn die Briefe jetzt hin? Das Problem ist, ich sehe kein, kein W, das kann ich mal ausschließen, das A und ist immer noch gleich, das I ist auch gleich, okay, ich kann jetzt irgendwie. Ja, wie jetzt, ich soll doch das vergleichen, aber das ist noch grad dran, verstehe ich nicht, naja, gut, okay, scheiß drauf, wo löschen jetzt hin, mein Gott, das muss jetzt, das muss jetzt extra außen rumlaufen, natürlich, ne, mit ihm zu quatsch, ist logisch. Hastings, was du machst, ist ein absoluter Dissaster, das ist kein Weg, um Schütze zu verpacken. Heavens, wir müssen hurry, wir müssen zu Chirsten kommen, bevor der Mörder. Your height is stings, it is an emergency. At last, Poirot, you're being reasonable. Poirot, you were right. I've just consulted the ABC Guide. There's no hurry, the next train doesn't leave to 11.45. You see, there is no need to worry, we will not be interested in it in tomorrow morning, after the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Also, I have very little doubt about what we will find. Das ist das, was er die ganze Wache wollte, ne? Ja, ja. Na gut. Aber, irgendwas scheint komisch zu sein. Heid, let us compare this new letter with the second one. So, das ist jetzt. Let us examine this more closely. Ah, ja. Certain Characters in the two letters may have similar defa- Yes, this I is weird. Das ist immer das gleiche, ne? Right. Let us compare this with the other letter. Bisschen umständlich so immer, aber schon immer gleich mehr das aufgleich, aber es geht schon immer nicht. Yes, the I-Characters in the two letters do indeed have the same defa- I have to find some other similar defa- to confirm my theory. Okay, okay. Wie immer das A natürlich, ne? Yes, the A- Right. Let us compare this with the O- Yeah, yeah. Launatil rum. That's right. The A-Characters... I have to find some other similar defa- to confirm my theory. Hmm. Pstchen. Let us examine the characters in this word. Na, das ist nichts besonderes. Right. Let us compare this with the other letter. No, this character does not appear to have any defects. Let us examine another word. Yeah. Let us examine the characters in this word. Oh, was soll ich also sehen? Let us compare this with the other letter. Ich muss hier vielleicht auf das E hinaus, weil das E ja so leicht verschoben ist, ne? Nothing to report for these characters. Let us examine another word. Ah, da ist doch das Neue- ist Neue-Steran. Sind doch gerade das Wort in der Haufe-Wes wieder, ne? Hmm. E-W is not printed properly. Ja. Soll ich übersehen? Right. Let us compare this with the other letter. Ich dritte auf Annibege gesehen. Wo ist es hier? Das will. Let's show her uns. Okay, der passt. Okay. Okay. Let us now try and get our brand sales to work. Warum kommen die Benachrichtigungen des Mörders so spät? Äh, falscher Treffen, ne? Äh. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent three days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. Oh, the same. The post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. It must be Jap. I have some news from Churchston. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man. He retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. I'm going there. Den haben wir da überhaupt aufs Obstrußel. Ich seh auch schon wie weit es geht. Was für ne Buchstabe. Ein Fehler? Glücklich für ihn. Und was, wenn er es aufs Ziel gemacht hat? Nein, nein. Er hat seine Madcap-Regeln definiert und er hat sie gesteckt. Es ist eine Sache für ihn. Gehen wir ins Haus, Poirot? Du gehst, meine Freunde. Ich komme bald. Nicht mit dem Kopf. Für immer. Oh, Blut. Jo. Also Whitehorse. Sie ist auch der Richtlinie. Hidmen war Arme. Apart from the wound to the throat, the body isn't touched. No cuts, no bruises. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical shape to Rhea, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Okay. Japp has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Touch it well. An oriental dragon. It's an old piece. Much older than a pocket watch on which it was fastened. Loyal. Is it loyal? Not royal. It's from Contra-Car. It is pointless. Geldbörse mit Kohle. Nothing appears to be missing from this wallet. A pen, a button, a ring. A signal ring. Is there something in there? A signal ring. Very probably with the Clark family's coat of arms. This place is very calming. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. What's she know? Busch? The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get how Brent sells to work. Hat er wohl da auf die ihn gewartet, ne? Der Täter. Schätzungsweise. In welcher Position war Sir Carmichael als er ermordet wurde? Busch. Das gleiche wurde von einem von dem einzigen Strauch. Was? Das gleiche wurde vor dem einzigen Strauch gefunden, den es in der Landschaft gab. Er hat eine Verletzung mit klaren Konturen. Blutverschmutzt. Der Bereich hat eine chronische Form, die sich vom Strauch entfernt. dreht er dem Strauch den Rücken zu, ne? Sir Carmichael hat seine Beine zurück in den Busch, wenn der Verletzung den dritten von behind. Ein fatal Blut, der Blut auf einer range von mehr than 1 Meter. Lass uns jetzt versuchen und unsere Brenzels zu arbeiten. Na gut, dann nochmal. Hat Sir Carmichael seinen Mörder gesehen? Was ist denn das? Das Opfer lag mit dem Rücken zum Strauch. Okay, das Opfer hat nur eine einzige Verletzung. Vielleicht aber noch warmen. Okay. Ist gestorben ohne Sinn, wer zugeschlagen hat, ne? Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. Mord wurde sorgfältig geplant war Das war ein sehr brutaler Mord. Mord Halt Mord 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 I had better go up to campsite. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I have a need how to digest. Er verdrigt kein tea. Er verdrigt kein tea. It is now the right time. There is something elegant about her. I don't know. I don't know. She has good taste. Except perhaps in a choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Hey, Stings does not like very hard tea. He is going to blow on his cup for a good while before drinking. Okay. It is not the right time. It is not the right time. It is not the right time. Wofür is she right time? It is not the right time. Ich will genau was reden, aber ich... My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Okay. Ich will schon den Weg Clark am Sprechen zu hindern. Of course. I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at Harper's State and that he always followed the same path. And did people of the village know Sir Carmichael's a bit? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner I went to my bedroom. At 11 in the evening the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was that my favorite book? Was that the question? Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body? Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know nobody has been near the house. Miss Clark. Oh! Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But Poirot, a gentleman shouldn't? I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Oh, it's even with Zeitdruck. Na gut. There are some very valuable objects here. A tiger. Okay, ein anderes. Ein Turtel. Da ist schon drei drauf, oder? Das ist wohl vom Carmichael. Das ist ein Kranich. Das ist so die Tischdecke. Okay. Das müssen wir noch übersehen. Was für ein Buch ist das? Kommsides private collection. Purchases since 1920. The catalog for Sir Carmichael Clark's collection. Okay. Sehr schön. Ich glaube, das ist alles, oder? Ich werde jetzt nicht verlassen. Ich kann hierfür noch alles machen, oder? Okay, hier noch. Überlegungen. Okay. Okay. Was ist denn das für den Teil, ey? Okay. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect all the others are turned towards him. Okay. Also hier ist blau, rot, weiß, schwarz. Blau ist links. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Ich brauche irgendwas wahrscheinlich zum... Wie für blau? Blau ist links, ne? Wo war's denn? Is that right? Roh-blau und weiß-schwarz okay. Also beige, ne? Okay. Okay. O is that right? Wo ist denn hier? ich würde was ist das ja kann ich das macht auch keinen sinn das macht natürlich ein tiger noch mal alles so vielleicht so auch nicht ich bin echt fest zu sagen dass es so ist aber vielleicht brauche ich noch ein buch aber das kriegt mir jetzt auch nichts mittel ich kann ein point dieses und ich blätter Ach, okay, warte mal, ich hab' ich gar nicht drauf gehalten. Wobei, so ist es richtig, so trafisch. Trafisch sitzt so. Ach so, man kann ja gar nicht, gar nichts gehen. Die müssen schon so, außer sein. Schätzungsweise, ne? Die Position von jedem Motiv ist korrekt, aber sie sind nicht die gleiche Weise auf dem Tisch. Hm. Die Position von jedem Motiv ist korrekt, aber sie sind nicht die gleiche Weise auf dem Tisch. Ich würde sagen, das kommt mal in der nächsten Folge, die ist eh schon wieder viel zu lang. Ähm, vielleicht hab' ich bis dahin irgendwie einen Geistsplitz. Ähm, vielleicht könnt ihr's ja, wisst ihr's ja schon, dann seid ihr schlauer als ich. Ich glaub's grad' ein bisschen glatt, aber gut, okay, danke fürs Zusehen erstmal und ein bisschen dankeschön für die Folge. Adieu.